Ach, das Blaue, oder? Ja, wieso hat der so ein Burger-Ding auf seiner Seite? Siehst du das? Siehst du das? So ein Burger, ja. Woher gibt's das denn? Ist das neu? Das kann einfach ein Crew-Emblem sein. Ah, das ist ein Crew-Emblem. Oh mein Gott, da blinkt was. Aber das lässt man nicht einfach so am Straßenrand stehen. Oh, ich muss nicht was zahlen. Hammer geil. Ja, und damit willkommen zu GTB. Also, Grand Theft Blamo. Und wir haben einfach mal gedacht, wir nehmen einfach mal so wie wir das aus. Ohne dass hier irgendwie ein Spezial-Event oder so ist. Einfach so, just for fun. Oh, da ist wieder ein Pfeil über dir drauf. Was? Über dir. Über dir drauf, was? Da ist wieder der Pfeil über dir. Ach, lol. Wo bist du denn abgehoben? What the fuck? Wollen wir die Kiste holen? Hab ich auch gerade überlegt. Wie war das denn die weg? Weiß ich nicht. Da ist schon einer auf dem Weg. Ja, den holen wir uns noch. Oh, mein Gott. Das war ein Bad-Chief. Boah. Der Polizei hat mich fest. Oder? Wo ist der? Wo müssen wir denn ganz hin? Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Kann gar nicht genau sagen, wo das ist. Einfach in die Richtung fahren. Über Stock und Stein. Sprich drüber. Der fährt da nicht hin. Der fährt weiter. Ne, das ist so eine schleifige Strecke da. Da muss man irgendwie, glaube ich, hochfahren auf dem Berg. So sah das gerade auf einem Map aus. Ja, egal. Ich kürfel rein. Ich jump jetzt hier. Wow. Jumpy, jumpy. Boah, voll am Drehen hier. What? Und da kommt wieder mein Freund, der Busch. Ja. War das der Mongo? Ne. Ich hab die Polizei immer noch mit dem Sack. Nein, der ist da. Fuck. Fuck. Müsste da ja stehen, dass er das aufnimmt, oder? Der ist aber schon auf dem Fleck. Hätte ja sein können, dass der gerade gestorben ist, dass das der war. Und von diesen Mongos, die das beschützen, die Kiste. Ich komm nicht runter. Ist überall Seitenbegränzung. Wie war das? Ist dich. Da geht's. Jetzt hat er es eingesammelt. Töten. Oder was sagst du dazu? Ja, hat er. Oh, da ist ein Psychopath, der fährt da gerade hin. Ne, ich mein, ob töten oder nicht. Ja, kannst du, kannst du killen. Kill ihn! Bin auf dem Weg. Komm mir gar nicht hoch. Was bräuchte ich einen Monster Truck? Dann würde ich hier ohne Probleme hochkommen. Oh, ich hab mal einen Rang erhöht. Wie auch immer ich das gemacht hab. Einfach du sein. Du bist cool genug und kannst immer dadurch an EP. Dein 95. Oh, der kommt dir entgegen. Wo bist du denn? Ich gammel hier gerade neben der Straße so ein bisschen ab. Oh, Noah, jetzt fährt er da wieder hoch. Scheiße. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Oh, der hat es auf mich abgesehen. Psycho. Ne, doch nicht. Fuck. Ich muss nicht auf die Autobahn, aber ich komm nicht auf die Autobahn. Nein, okay, ich krieg ihn nicht mehr. Boah, ich ticke auf den Flach. Na, super. Oder krieg ich ihn doch noch? Hinterher. Hinterher! Der in FVD ist hinterher, oder was? Ja, der Psychopath für mich hinterher. Soll er doch. Nicht am schnellen Auto. Ich war irgendwo überschläge und dringend. Ja, nur Loh, Monroe. Ha, kapiert? Loh, Monroe. Oh. Oh, lol. Er explodiert was. Der hat einen Jet. Noch ein Psychopath. Der ist im Laden. Wieso ist denn der jetzt abgewogen? Einfach abbiegen, Fallgesau. Da ist nicht... Ah, fuck. Ich drück mal Viereck. Aber Viereck ist hier nicht die Handbremse. Das ist X, ne? Ja. Hast du das von Rivals noch Intus, oder was? Ja. Alter, jetzt hat der Pisser einen Passiv-Motor drin. Ne, ich glaub das einfach im Store. Ah, der soll nur rauskommen. Äh, ziemlich schnell. Futter! Weil... Da kommt nämlich der andere Mongo schon an. Moho! Woho! Ich mach'n Door-Breach. Warte. Nehmen wir doch... Nein, nicht die Muskete. Das hier. Hallo! Ah! Gott, der hat da meine Waffe weggenommen. Wurde, ich bin tot. Wollte in den Laden rein, hat er so die Waffe in der Hand. Dann steht er da schon hinter der Theke. Und meine Waffe wurde wieder eingesteckt. Hast du ihn weggebombt? Ja. Sehr gut. Er hat ja gar keine Chance zu überleben. Jetzt muss ich flüchten. Polizei! Ach ja, ich hab immer noch... ...n bisschen America-Outfit an und so ne richtige Redneck-Frisur. Was hast du dir denn so angelassen? Wat? Ich hab nur das T-Shirt angelassen. America. America. Hattest du gerade nicht noch ne Mission oder wat? Von Trevor? Ich hab noch ne Lester jetzt hier gekriegt. Bei Trevor stand Neu dahinter. Ich weiß nicht, was das heißt. Nu, Neu. Ob hier denn so viel anders ist? Lol. In der Rampe. Warte, ich kann nicht sagen, was ich es noch hab. Ne Lester und Trevor. Boah, Maffi, kannst du Trevor starten, wenn du willst. Ja. Gestartet. Ah, nicht haben wir fahren. Aufstartetet. Aufstartetet. Du, 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 du. Die ist mein Auto irgendwie... Ach nee. Die ist doch noch da. Die Maske immer noch auf. Ja, ich weiß. Pretty cool, hä? Pretty cool. Kaufen, kaufen, kaufen. Sieht so aus wie von New Kids. Ja, eben. Was? Muss ich noch Jogginghose und so anziehen. Maschine kaputt, Junge. Kaputt, Junge. So erfolber, Junge. Junge. Du hast noch kein Flugzeug. Musst ja noch ein Flugzeug kaufen. Ja, stimmt. So viel Geld und immer noch kein Flugzeug. Oh, wo bin ich denn? Go to the frontage, point. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Oh, ey. Oder der rammt dich voll. Ja, voll der Mongo. Lektion. Bist der hier. Schöne Schramme habe ich nicht gemacht. Nimm. Der Zentorno ist schon geil. Wollen schnell, ey Ah, Mann, ey Dieser Hurensohn-Mückenstich an meinem Fuß Laufen oder unterm? Oben auf der Auf dem Fuß Nicht auf der Sohle, sondern Sohle wäre auch geil Wer hat mal nervig Hatte ich mal einen Bienenstich, der hat irgendwie Der hat gejuckt Hat sich angeschwollen und gejuckt wie sonst was Das war uncool Vor allem, also ich hab das ja Wenn es so warm ist, dann pelle ich halt Gerne mal nur mit Unterhose Und dann halt ohne Decke Iiii, wer macht denn sowas? Und Da stechen mich die Hurensöhne auch zwar, aber Dann ignoriere ich das einfach Und wenn man da nicht beigeht, dann juckt das auch nicht so dolle Wenn ich dann morgens aufstehe, ist alles wieder cool Aber wenn ich das jetzt so entdeckt habe Und dann ein bisschen dann kratze Dann merkt man das Amo nervig Beim Bienenstich habe ich jeden Bordstein Oder so mitgenommen War auch so warm das Wetter Und dann immer Hatte ich auch nur Keine Ahnung, was ich anhatte Damals, aber es war noch früher Damals noch Sandalen oder sowas Wo man noch draußen war Ausgezogen Und an jedem Bordstein Und umgekratzt Boah, das hat mega juckt Das war echt heavy shit Boah, hier vor allem die heißen die noch Die Nicht Mücken, sondern die Bremsen Genau Bremsen, ja Die Bremsen Wow Sind auch alle unterwegs Das geht alles Cool, siehst du So war fast noch Wow Geil eingeparkt Genau Jetzt noch mal Achtung Wow Wow Mit dem Slide daran Noch ein Salto Und Auf Das war gewollt Easy Das ist auch gewollt Boah, mega geil Was steht denn hier? Hä? Hat ein Mongo-Auto Mioo Mioo Und nochmal Der zweite Alles gewollt Hier rüber Am Pfosten da lang An den Stein Auf dem anderen Stein Stein Ah Stein Wo sind wir hier? Was wollen wir hier? Auf diesem komischen Berg hier Warum müssen wir hier hin? Was ist das für eine Aussichtspattform? War die schon immer da? Ich glaube den Job habe ich schon mal gemacht Ein bisschen Buggy Ja, da stehen Buggy's Dann müssen wir einsteigen Hier Ich bin Redneck Hier ist mein Zuhause Sandy Shores Fahr mal los Aber wir sollen den Helikopter verfolgen Nicht Helikopter Doch, hat denn der hat so eine Kamera-Perspektive Hier ist kein Helikopter Doch, da kommt einer Muss man Der fliegt jetzt über uns weg Fahr geradeaus Rechts runter Ja, go Den Weg entlang Da Ich seh ihn Der fliegt jetzt vor uns Alter J-Wa Nein Thomas hat ein Buggy Der fährt dann direkt über Stock und Stein Wow 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 Zwei Hartz Dann Doppelbonus Sicher Wofür sind die Dinger sonst gemacht? Zum Onroad fahren Nein Voll schnell am Kippen Oh shit Nooo Go go Komm weg Jump Jump Wo will der hin? Weit weg Oh hier ist überall Mir ist er fehlt Jawohl Njuuu Seh den kaum noch I got this Das ist halt nur bei mir auch noch ein kleiner Punkt Aber Der fliegt immer nur geradeaus Und dann ist es ganz einfach den zu verfolgen Let's jump Wow Krasser Shit Toll Da war es zu Nochmal jumpen Oh nein Oh nein Oh nein Kopf Überstark Erstmal ein paar Saltos machen Wuhuuu Yeah Ich hatte das mal das Team Mission bei mir gebackt Und da konnte man gar nicht weitermachen Das war richtig scheiße Wieso nicht? Weil der Da kommt man Wenn man den verfolgt hat Dann kommt man gleich an eine Stelle Wo halt so ein Wagen steht Den man klauen muss Und dann ist einer Polizisten bei Dann habe ich alle getötet Aber der Wagen wurde nicht angezeigt Als Ja du musst ihn jetzt klauen Dann ist man nicht weitergekommen In der Mission Ja Da landet er Da sieht man das auch jetzt schon Wenn man hier über dem Berg ist Wo landet er? Achter Müssen wir Polizei töten? Jo Aber wir kriegen keine Sterne Wow Oh 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 You can do it You can do it Okay ich steige mal aus That would be A good idea So Oh da hast du dich schon ran gesteakt Ja Sicher Also voll ungewurzelt zu schießen Jetzt wieder Oh ich habe mich auf die Fresse gelegt Wo machst du so eine Scheiße? Achhi Tunung Tun 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 Wool Auto 说 Ja, aber der will die nicht anvisieren. Na jetzt. Brecke. He's dead. Will die da das Ding haben? Was warst du da? Okay. Der ja dead. Ich kann das auch so machen. Okay, willst du fahren? Ja. Weg da. Guck mal, das Auto-Frakt neben uns bakt. Du kannst nicht... Du kannst nicht durch. Du fahrst jetzt hier durch. Fuck nicht. Spiel so nö, fick dich, Thomas. Das ist eine Scheiße. Hier durch. Ja. Und da kommen welche. Jeder Masse ist kaputt. Dumme. Oh, ich wollte den eigentlich zerquetschen. Pisser. Hab ich es. Leute, da ist ein Auto vor uns. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Sag das doch. Da ist ein Auto vor uns. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Oh, mein Gott, ich habe ein Motorrad. Ja. War knapp, den habe ich fast mitgenommen. Ja. Oh, das schießt aber ganz gut. Schieß zurück, schieß zurück, schieß zurück, was machst du denn? I'm shooting. Ich habe überhaupt kein Alpen. No, 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 no. Ich habe das aufgehalten. Ah, ich habe keine Alpen. Ja, dann zieh doch mal vernünftig. Jetzt, das wird nicht besser mit dem Alpen jetzt. Fuck, das ist dann eben so. Alter, diese Reifen, ne? Kleinen Pissreifen, die wir hier aufhalten. Warte, ich hatte gerade Sticky Bomb. Kommt er ja jetzt, du Mongo. Na, jetzt ist er weg. Wee. Woa. Also macht er jetzt einen Unrails oder was? Oh nein, der hat. Stylisch ist er da drüber gefahren. Wir haben noch einen Suf, oder nicht? Ja. Ja, dann können wir auch hier rüberfahren. Oh, 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 oh. Dann hat er sich wieder gefahren. Ja, easy. Easy. Oh, Alter. Hat er sich aus dem... Aus dem Fahrfluss gebracht. Ja, haben wir den genau da hinten getroffen. Wo ich so ein langes Auto habe. Mein Heck weggebrochen. Ist das kürzer? Das ist kürzer. Nein, das ist kürzer. Das ist kürzer und schneller. Handbremse. Oh, 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 oh. Der ist überhaupt nicht kaputt. Der ist nicht demoliert worden. Was ist dein Dad? Es geht ja sowieso um eine Ware. Ja, Redneck-Kumpel What a surprise Nee, kein Ding Easy Würde ich das mal behaupten Abstempeln als easy 17.000? Nee, mehr Fick dich Was ist das? Und das von Trevor Achso, deswegen stand da New hinter Was, New? Bei dir Dass du den Job noch nicht gemacht hast und du das Level erreicht hast 34.500, alter Du kannst zwei Kills hast du Ja, der einen, den ich umgefahren hab Komm noch irgendeinen Lass mal refreshen Du bist auch so ein Refresher Keine Ahnung, einmal noch Alter, können wir sowieso No Bist du müde? Nein Genaus Spaß Wenn ich Spaß habe, gehe ich nicht Achso, ah, cool Hast du gerade Spaß? Ich schauze Ich schauze Ich schauze